Internein! WAS?! FUUUUUSCH! Was ist das für eine Hose? Lassen wir mal lieber. Oh, Mann. Oh, Gott. Ja, easy going. Ein guter Sicht, ob ich ein doppeltes Leben habe. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Es leckt. Oh, vor allem diese ganzen Monster tun da im Ganzen jetzt auch nicht unbedingt gut. Alter! Wo kommen die Viecher her? Lol! Ja, ja, ja. Ja, übertreibt. Oh, Mann. Nur Brot. Oh, ja, natürlich. Oh, Mann. Wenn da wieder ein Rare Golem drauf ist, dann wird es echt heftig. Ja, wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Komm, wie du kannst du jetzt zermachen? Alter. So, ich bin da. Okay. Kisse war uninteressant. Oh, Gott. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Ah. Ah. Oh. Fuck. Fuck this shit. Wo kommt die ganze Spinna von mir her? Ah, ich sehe nichts. Okay, meine Rüstung ist gleich tot. Wie kann eine Rüstung tot sein? Ich brauche nur eine Brustplatte. Ich ahne Schlimmes. Okay. Ich ahne Schlimmes. Okay. Ja, toll. Kann man hier nicht einmal kurz die Zeit haben, sich eine Brustplatte zu bauen? Meine Güte. Ja. Wieder hoch. Äh, ja. Wenigstens ist hier gerade kein Rare Zombie. Ja, habt ihr's. Mehr Spinnen. Ähm. Oh, er ist lag. Ich seh nichts. Komm hier runter. Ne. Oh mein Gott. Es lag. Das ist eine neue Herausforderung. So. Ah. Wir haben wir spielen so müssen. Alter Junge. Nachher für Glück. Wichtig. Schweinefleisch. Essen. Ruckschelfes. Ich glaube es. Oh man. Mann. Ah. Wo kommen die denn? Ohne Witzchen, wo kommen die alle? Ohne Witzchen, wo kommen die alle? Ja, geil, 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 ich will ihn, denke ich will ihn, ganz ehrlich. Guck, warum muss ich noch mal Reißbord aus, heißt, ich kann dir die Kiste anrühren. Ha, nein, geh weg, geh doch einfach mal weg, ihr Penner. Oh Mann. Ich will, dass es... Ich will echt mal, dass es ja nicht mal Tag wird. Von wo zum Beispiel kam es hier dieser Zombie. Äh... Lassen wir mal die... So. Die Emerald schatzen wir mit, weil Emeralds brauchen wir ja irgendwie. Unser... Lager-System! Nicht im Ernst. Ja, was, was? Warum ist ein Skelett-Spawner, alter. Äh, das ist die logische Erklärung, wo wir die ganze Zeit Skelette runterfallen. Cool, wir haben dann wieder eine Ebene ge... Mach gut. Ein Rammop, der mich geblendet hat. Ein Skelett auch noch. Lol. Okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. da er wollte die Hose hingeschmissen naja dann will ich die jetzt gerne mal wo hab ich denn einen Rucksack gepackt ok Banane hier ist noch eine Hose aber ist easy gut der Ram up weiß ich jetzt auch wieder nicht wo ist hier ist die Hose die nehme ich mir auch mal mit weil wenn der sprengt kann ich dann trotzdem noch Items einsammeln oh hello, schießt's ach fuck man springt da runter jetzt haben sie ein bisschen umgekuckt gemacht das ist wahrscheinlich die Sachen im Arsch ich bin nicht mal ein Essenzen vier Monten aber9 schlafen raus hier deswegen werden wir von dem nächsten Turm definitiv eine Magnethose anziehen Äh, gut. Das war jetzt ineffektiv. Das war jetzt. Das war jetzt. Ja, äh, er ist jetzt wieder tot. Der Tod war ja total eine Weltkatastrophe. Das kann doch nicht angehen. Das sieht immer aus wie ein Profi. Das ist richtig vieles hier nicht los. Na ja, dann ist das auch nicht zu blöd hier. Dann machen wir den nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Großturm oder ein Kleinerturm? Wenn wir fall, das ist unwahrscheinlich. Also was, was, also das, das ist wahrscheinlich nicht. Ich bin klein, das ist ein kleiner. Es ist ein OP-Turm. B-Früstung. Ich komme. Ja, gut. Äh, erstmal natürlich der Klassiker. Pfeile sind dabei. Rüstung ist dabei. Rüstung ist dabei. Rüstung hält das noch aus. Okay. Wir haben gleich wieder eine Tiefe miteinander. Nachdem wir eh schon wieder ziemlich gute Anzahl an Essenzen haben. Nämlich 8 Stück. Und eventuell noch zu Hause eine Kiste liegen. Na, gut, mir wird es ja kommen. aber toll natürlich kommen sie ja natürlich schaffen sie es auch wieder nicht zu schaden aber schön dass jetzt auch endlich mal das licht aktualisiert oder auch nicht ok heute runter und ein bisschen zombies ich muss teile von ihnen hast du dich mal wieder verpüftet und dann kommt es auch wieder da oh mein gott das ist laut alle ihr lieben zahme ist weg, 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 ich will ah nein, das kann schon nicht sein da hebt mich was hoch ich merke das ich hätte auch gehabt, oben, da unten ist ein rare mob ist der für die deutsche übersetzung ok, das ist ein red zombie schon mal, oder sowas ne, eine ist schon eine spinne ah gut, ich hab schwarze Herzen ich hab schwarze Herzen mein Schwertblick da unten irgendwo und wo bin, oh mein Gott, ich noch einer, oh fuck, ich bin gleich tot, ich hasse, also rare mobs mit dornen sind ja die miesesten von alle, ok, er ist immer tot alter nein waaas Nein Einfach nein Oh man Das mit den Lex ist echt abermal Vor allem jetzt habe ich nur 35 FPS Ich glaube es ja nicht Egal Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal Macht es gut und ciao